Deshalb rate ich Ihnen, verkaufen Sie die Firma. Oh, servus Leute, ich habe gar nicht gesehen, dass ihr schon da seid. Ich habe gerade noch das Finanzmanagement für eine große Firma hier in der Nähe gemacht. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Intro an. Ja, heute gibt es nämlich das aller, allerletzte Video zu den Hatern vom Ronteger. Und es soll wirklich das allerletzte Video zu dieser Thematik sein. Ich habe nämlich entschieden, einfach weiterzumachen. Entweder gewinne ich gegen die Hater oder werde bei dem Versuch sterben. Das Feuer des Drachen brennt heller als je zuvor und kann durch Wasser nicht gelöscht werden. Nicht einmal abgeschwächt. Die Seelen rufen mich und schreien laut meinen Namen. Sie verlangen den Kampf, sie rufen das Feuer in mir wach. Ohne Kampf kannst du nicht gewinnen und ohne Hass gibt es keine Liebe. Also musst du leben, um zu siegen. Das Leben ruft laut meinen Namen und meine Seele kehrt zurück in meine Brust, sodass der Kampf von Neuem beginnen kann. Der Sieg wird mit mir und meinen Fans sein. Der ewige Sieg für uns alle. Hater, nehmt euch in Acht. Metal for life und evermore. Das sind die Worte eines Menschen, dessen Seele die eines Drachen ist. Drachen, äh, Regenbogenschaf wird gewinnen. So viel dazu und zum Schluss gibt es noch eine klitzekleine Vorschau darauf, was euch beim Abo-Special erwartet. Ich hoffe, ihr schallt dann wieder ein. Tschau Kakao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017